Immer mehr private Ärzte in Niedersachsen finden keinen Nachfolger für ihre Praxis. Nach Angaben der Bundesärztekammer fehlt es in vielen Regionen an niedergelassenen Haus- und Fachärzten. Aber auch in den Krankenhäusern sind bundesweit mehr als 6000 Stellen unbesetzt. Ausländische Mediziner könnten eine Lösung sein. Die meisten Ärzte kommen derzeit aus Rumänien. Doch Potenzial wird auch im Iran gesehen, wo es eine ähnliche Hausarztausbildung wie in Deutschland gibt.